Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den neuen Gegenstandshop vom 25.03.2020. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da hier rauskommt. Ich bin mir nicht sicher, Freunde, aber vielleicht habt ihr etwas im Hintergrund gehört. Aber naja, was auch immer. Leben ist hart, Freunde. Checkt natürlich gerne meinen Partner Instant Gaming aus. Link unten in der Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall unnormal freuen. Und wenn ihr da bereits schon aktiver Kunde seid, dann könnt ihr auf ehremer Basis einfach nur den Link anklicken. Würde mich schon supporten, Freunde, auf ganz anderem Level. Nur Link anklicken. Mehr nicht. Auf ganz anderem. Wir checken den Shop aus. Also, Digga, der hat sich ja schon aktualisiert. Oha. Und wie ihr sehen könnt, nichts Neues. Nichts Neues. So war der Credit Code, FFPZ. Nichts Neues, Freunde. By the way, wir haben jetzt eine... Also ich habe ja einen zweiten YouTube-Kanal. Und dort, Freunde, habe ich jetzt immer wieder mal ein paar Memes am Start für euch. Schaut da mal vorbei. FFPZ könnt ihr im Community-Tab finden. Wir schauen uns jetzt alle Sachen hier an. Auf den ersten Blick ist da jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, boah, Digga, da habe ich unnormal Bock drauf oder so. Aber Leben ist hart. Wir können nicht jeden Tag einen neuen Skin oder so erhalten. Wir haben aufgeweckt. Habe ich mir bis heute nicht geholt. 24 Tage lang war der nicht drin gewesen. 26 Mal insgesamt im Shop. Dann gehen wir weiter. sauberer Groove. 118 Tage lang nicht drin gewesen. 9 Mal insgesamt. Dann gehen wir weiter. Und zwar hier Glückssiegerin. 1200 V-Bucks ist leider kein cooler Skin, meiner Meinung nach. 30 Tage lang nicht gesehen. 9 Mal insgesamt im Shop. Dann, Freunde, haben wir hier einmal die Spektralhacke für 800 V-Bucks erhalten. 43 Tage lang nicht drin gewesen. 36 Mal insgesamt. Dann haben wir hier Jubelstimmung für 200 V-Bucks. Zuletzt vor 35 Tagen am Start gewesen. 23 Mal insgesamt. Dann gehen wir weiter zu Amadillo. 800 V-Bucks. War zuletzt vor 25 Tagen drin gewesen. 10 Mal insgesamt. Ist leider kein cooler Skin. Mir persönlich gefällt das jetzt nicht so. Hier sind auf jeden Fall ein paar Skins dabei, wo ich mir denke, okay, Digga, warum sind wir wieder zurück? Wie beispielsweise die hier, Traumskin, Astralaxe, Luminos und die waren 32 Tage lang nicht mit drin gewesen. 11 Mal insgesamt im Shop. Finde ich jetzt nicht so cool. Also wenn, dann Traumskin. Finde ich geil. Wegen dem Rückkassessor. Aber alles andere catcht mich einfach. Dann gehen wir weiter. Und zwar haben wir hier Flobber am Start für 1200 V-Bucks. War zuletzt vor 29 Tagen drin gewesen. 4 Mal insgesamt. Ist eigentlich ein ganz cooler Skin, so vom Aussehen der Real Talk, Freunde. Spitzsacken fand ich jetzt nicht so geil. Irgendwie voll ekelhaft, keine Ahnung. Aber deswegen habe ich es mir auch nicht gegönnt. Dann haben wir hier in der Mitte ein paar coole Skins. Hypnor. Haben wir Sonnenvogel. Sonnenaufgang als Gleiter und Axtech. Alles war 30 Tage lang nicht drin gewesen. 11 Mal insgesamt im Shop. Somit, Freunde, habe ich euch alles gerade hier aus dem Shop gezeigt. Muss nicht sein. Muss jeder für sich selber wissen, ob er das feiert oder nicht. Mein Fall ist es nicht. Jetzt gehen wir in den Ready-die-Welt-Modus und schauen uns dann dort nochmal an, was wir dann draußen in der Wildnis denn so erhalten haben im Lama-Shop. So, Leute. Was haben wir im Lama-Shop? Im Lama-Shop haben wir heute das Dreifach-Lama. Lohnt sich absolut nicht. Da brauchen wir gar nicht reinzuschauen. Lohnt sich nicht. Und hier erwarten wir erst eine Aktualisierung morgen. Das war's mit dem Shop-Video gewesen. Wenn das euch gefallen hat, dann lasst mir gerne mal einen Daumen. Da bitte sich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich werde da mal so mit raus, Freunde. Und würde sagen, wir hören uns gerne im nächsten Video. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Fraps. Und tschau. Und tschau.